Was ist die Reuge haben, Boi! Tue... er hat er an die alliierten zu suchen 41 prozent aber muss doch gleich mal ein match kommt warte bei mir wird bei der kiste das angezeigt doch nicht aber warum zeigt er mir etwas an das ist voll arschig so ein ausrufezeichen bei meiner kiste aber nicht doch alles richtig irgendwas mal bekommen nicht das wird gut und was ist das mit entspannen bitte warten ok mit Zorro ja also Nia-Zoon oh wir sind in einem Team ok ok äh Schäbelman ist bei uns ja wir spielen da wieder gegen eine komplette deutsche Truppe ja das haben die alle mit Deutsch die Deutschen sind einfach ok wie die Deutschen geschaut hier ja die Deutschen sind einfach die meisten OP Klassen haben die die Panthers sind OP von den Deutschen gewesen und wir haben mal wieder ein Problem es ist mal wieder Siegsmarker was heißt Punkte halten jeder einer hat einen Punkt ne ich hoffe ich bekomme den oben an der Seite oder den unten ich will nicht den in der Mitte haben der ist mir zu hart ja der bitte ey den in der Mitte kannst du nehmen wieso und warum nicht achso ok ich wollte grad sagen wäre voll unfair gewesen wenn jede Seite irgendwie nur wenn die eine Seite vier und die andere fünf Punkte hätte aber haben wir beide fünf ja die drei Jungen Sterne müssen wir uns holen gönnen gönnen und die drei Sterne müssen wir uns holen die drei die drei wöcheln die drei Ich wollte doch nur gucken, welche Dings er ist. Wie sieht man denn das Level hier? Das zeige ich dir gleich. Danach ne Runde... Weiss. Kathos kann man nicht für die anderen. Oh, nicht die Karte. Wie macht die? Okay, ähm... Liedst du auch noch? Bist du auch noch ne Mal ein bisschen? Mhm. Wir warten doch noch auf Schäbel, Mensch. Ja. Gleich, Mitspieler has left the game. GG. Gute... oder muss los nachher eine Runde Daisy oder nachher Runde weil ich nachher wenn ich esse meine Mutter will kucke eine Folge ne beim Essen nicht schon dann kann es ja nebenbei rendern, ne? welchen Kommandant nehme ich mal so direkt anfangen hier ok nur einer hat Bock zu bauen ich merke schon ah ok ich muss doch den in der Mitte nehmen mehr Pech hätte man nicht haben können ne 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 Bist du mal raus? Sonst sind das nicht großartig. Das ist ein St444. Damit ist es ihr alle schlafen. Schlafen wir den Schlafen. Das ist gut... ich kann auch hast ja schon die ersten ruten im vertrieb wenn wir sieg macht ich bin dann die briten besser verdammt die haben schon den ersten punkt bei den jungen jungen ein kevin ist mit dem tisch ja wir nehmen aber gerade auf kevin macht nix alles gut jetzt ist sie auch einfach reingejoint alles gehen bin auch ganz leise ja ich glaube da sind die wieder solche pos am werk alles gut ich gehe kurz in meinen channel und dock wieder weiter rum ich weiß ihr hört mich kaum richtig gut ich kann dein punkt muss noch einnehmen musste gerade in der mitte haben die schon volle kann so welchen nehme ich denn jetzt überhaupt eine position abnehmen oder ein punkt wird gerade zurückgeerobert ja ich komme auch wieder bin auch schon unterwegs dazu neue mg-truppe wartet auf befehle befehle los 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 der bau von flakstellungen ist jetzt möglich unter bischof deutsches halbkennenfahrzeug schenze auf ziel ausgerichtet feuer feind kommt über die flanke raus ein universal tag wurde langgelegt auch ausgeschaltet ausgeschaltet ja komplett hat du musst auch in die Mitte du hast dich halt nicht als Punkt Kalle Pionier, der Royal Angel, die ist veräubt. Eine britische Infanterie-Sektion wurde ausgebildet. Eine Pionier-Einheit ist einsatzbereit. Hallo. Hallo. Die Karten ohne hat keine Besatzung mehr. Unser Eroberungsvolk, die wollen ihn einnehmen. Infanterie-Sektion ausgelöscht. Alter, gehen wir jetzt auf den Keks, Mann. Schätze bereit und warte, dass ein Ziel. Der Trupp wurde getötet. Ich brauch, äh, ja. Na gut, Kalle, ihr macht das noch bei euch. Ich hol mal einen Punkt gleich wieder. Warten wir nur auf dich. Ich weiß nicht, was mit dir los ist hier. Ja. 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 Sehr gut. Ja. Ja. Ja, ja. Der Falt hat einen Trupp erwischt. Was sollen wir tun? Warten auf Anweisungen. Einheiten können bald Peer-Werfer und Bren-Gewehre einsetzen. No. Ein Kompanie-Kommandopost ist unterwegs. Scheintet wird angegriffen. Gehe. ... ... ... ... ... Die Bauarbeiten an einer neuen Kompanie-Kommandoposten sind fertig. Bruder lass doch mal die Gegner von deiner Seite nicht auf meine Seite kommen hier. Ich bin gerade über dich zu mir gewascht. Ja. Was soll denn das? Zurück alle. Ja. Jetzt ist eh egal. Ja. Ja. Das hat einen Trupp erwischt. Feind bedroht Eroberungspunkt. Freche Bengel. Versorgungslinie wurde unterbrochen. Ja. 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 Alle Saubins sind bereit, das Ziel zu beschießen. Anhaltendes Sperrfeuer wird wie befohlen ausgeführt. Zielkoordinaten erhalten. Bereich wird Platz gemacht. Die Frontlinie könnte in Kürze aufläufen. Was wäre, Kalle? Was wäre, Kalle? Der Fall hat eine Infantrie-Sektion weggefiegt. Der Fall hat eine Infantrie-Sektion weggefiegt. Die Frontlinie könnte in Kürze aufläufen. Schnell kurz, Schnell, Schnell ... ... die Frontlinie könnte in Kürze aufhalten. Die Frontlinie könnte in Kürze bewegen. Anhaltendes Sperrfeuer wird wie befohlen ausgeführt. Artillerie auf das Ziel gewichtet. Feuer! Infanterie-Trupp ausgebildet und einsatzbereit. Bessere Sprengladungen unterwegs. Einheiten können bald P-Edwerfer und Prenn-Gewehre einsetzen. Die Besseren Milzkanaden werden in Kürze aus dem Lager verteilt. Okay, wir hätten gleich vorne an so spielen sollen. Kannst du mal die Punkte ein bisschen ausbauen, Kalle, mit Treibstoff? Nee, kann ich nicht. Ich habe keine Truppen. Ich muss warten. Wir verlieren einen Eroberorgspunkt. Ich muss leider warten. Hallo, hallo. Vor allem, wenn die da die ganze Zeit raufpusten, wie sonst so fast. So, brauche ich gleich, treibe ich auch hin. Marti wollte gucken, welche Level die haben, ne? Kalle, das wirst du nicht ersehen. Das wirst du nicht sehen. Das wirst du auch nicht wissen, Kalle. Bestimmt hoch. 95 und 69. Dann wissen wir ja schon, wie die Runde endet. Ja. Trupp ausgeschaltet. Die haben auch schon den Weg. Ja. Spezialeinheiten müssen als Unterstützung angefordert werden. Meine Oberorgspunkt wird überrannt. Erwartende Befehle. Danke, Kalle. Motor aufgewärmt. Schießen. Ich habe mich jetzt da in Treibshot oder mit dem Dings gebaut. Munition hast du gebaut. Shit. Ach, Dings, alles gut. Fahrzeugbargerät zur Fahrt. Drücken ab. Luki, Luki, wir mal. Der Vorspieler, ey. Was soll denn der Scheiß? Was ist denn das für ein Matchmaking hier? Ja. Keine Ahnung. Feindlichen Tricks, Kerl Schiefler und... Wir haben volle Kraft voraus. Ja, wir haben E-Fertlokale. Scheiße. Der Fall hat unseren Panzer schwer getroffen. Ja. Ah, alter. Ich würde keinen zieh ab. Die angeforderte Panzerabwehrkanone ist fertig. Ich glaube, das war eine schnelle Runde. Ja. Vielleicht noch eine Runde. Der Fall versucht, unser Hauptmann hier zu überrennen. Ja, aufgeben, Kalle. Alter, du berät uns einfach eiskalt. Ja, das ist kalt. Nein, haben wir nicht. Ich habe keine Schraube für Level 90. Ich bin Level 1. Okay, jetzt bin ich Level höher. Äh, ne, du bist schon Level 16, Kalle. Also ist es, kauer. tickere, nruck, Schieber rückse paints, ausüm... ... die